Das ist die Nummer 92. Das ist, das erkennt man sofort, Jesus. Jesus habe ich gezeichnet. Das wurde angeregt durch ein Foto aus der Zeitung. Das sieht so aus. Das ist ein Jesus-Plakat, ein Foto aus den USA. Wunderbares Foto. Konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Also dachte ich, gut, dann muss ich heute mal Jesus zeichnen. Das war am 19. Januar das Ganze. Ich finde, das ist ziemlich gelungen. Vor allem die Hände finde ich sehr schön, so diese segnend ausgebreiteten Hände. Da bin ich ganz stolz drauf. Es gibt auch zu dieser Zeichnung noch so zwei Vorzeichnungen. Die eine sah so aus und dann die andere etwas freiere dann so. Die sind auch ganz schön. Aber das ist natürlich jetzt hier so die Hauptzeichnung in der Serie und danach kommt dann die Nummer 93 und da geht es dann richtig zur Sache.